hallo und herzlich willkommen zurück weiter geht's mit saga diesmal wie ist das gebäude noch mal wellness center haben zuletzt eine ganz neue gegnerklasse kennengelernt ja oben kopf und kopf ich hab schon wieder gezuckt die kommen echt aus dem nichts die dinger ich meine so soll es ja so ist es sehr gedacht da kann man schnell gespeichert und wo ich ihn eingelegt jetzt geht es weiter weiter hier liegt aber nix 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 schade sprach die madi irgendwo habe ich das gefühl wird jetzt sind hier um die ecke hüpfen und warte warte schnell gucken passiert irgendwas toll das wasser ist schlecht für dich so ein verhalten ist nicht okay darauf jetzt auch bestimmt hören ach du scheiße erst mal guck warte mal aha ich fand es vorher besser wurde einfach steht ungelesen ich meine geht ja eh direkt auf die seite drauf aber vorher war besser irgendwie wir schreiben das jahr 1988 ein schlagabtausch zwischen göttern am rande des cauldron lake hoch über seinem dunklen wasser der donner dröhnt die alten götter stehen etwas noch mächtigerem gegenüber das noch schwerer zu definieren ist oder um die perspektive zu wechseln allesamt rasende verrückte gefangen im rausch einer gemeinsamen wahnvorstellung die alten götter die korsaren aus dem meer der nacht und der dunkle der sich dazwischen drängte der schon immer dazwischen stand und bald dazwischen stehen würde wir helfen euch ihr haltet euch von unserer familie fern knurrte tor anderson über das donnern hinweg ja bis ihr alle zu mir kommt kam die antwort das wird nie passieren rief odin ich werde das als pfand nehmen damit ihr euch an unsere abmachung erinnert sagte der dunkle blut wälte sich aus odins gesicht als er auf die knie fiel ein lichtstrahl traf die dunkle gestalt auf der klippe und damit war sie verschwunden tor eilte zu seinem bruder geht es dir gut bruder in diesem moment war er praktisch blind die augenklappe bedeckte sein linkes auge und seine hand die nun leere augenhülle seines rechten auges aus der blut sick hatte odin fluchte der miskel hat das falsche auge genommen was was ist das ähm ja ist das ein altes ereignis oder ist odin bald ja wird ja keinen sinn machen das wird wohl bald passieren dann also obwohl es jetzt nicht so angehört hat als ob es äh ein altes ereignis war aber odin ist ja nicht komplett blind oder das ist einfach die komplette verarsche hier soll mir eine irre geführt werden ja da kommen wir gehen mal direkt hin hm was war das wo ist tor hin was zur hölle wollen sie damit sagen saga was tor ruht sich im wellness center aus schon vergessen was wir beide haben gesehen wie er in den teich ist ok verarschen sie mich oder ist das wieder die geschichte ganz ruhig keine schimpfwörter bitte sie lügt mich offensichtlich an warum die hat echt einen ordentlichen knall irgendwie ne profiling ja grosser tor in den teich gehen warum nimmt sie mich an die geheim mission für allens größten fan die heldin wird sagen wake ist zurück wir sind alle figuren seiner geschichte meine güte ich bin nicht seine verfluchte figur aber ich kann das nutzen damit rose aufhört mich anzulügen wake ist zurück die ist echt die ist echt merkwürdig ist zurück oh mein gott sie sind die heldin sie sind hier um allen zu retten tut mir leid dass ich sie nicht ins wellness center lassen wollte ich habe tor und gail dort eingesperrt nachdem sie durchgedreht sind ich wollte nicht dass sie verletzt werden Hier. Diese Seite hat mir Wake für Sie gegeben. Oh, und Sie werden meine Schlüssel brauchen. Achso. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Durch das Gartenfenster drang ein Licht hinein. Die Horrorgeschichte hat Thor vor mir erreicht. Ich muss ihn retten. Der Schlüssel zu diesem Übergang ist die Old Gods of Asgard Platte. Saga drückte auf den Wähler der Jukebox. Die fehlende Platte war an ihrem Platz. Ohne Odins Hilfe hätte Saga sie nicht finden können. Als sie dort stand, fühlte sich Saga entblößt. Sie erwartete, dass die Schatten lebendig werden würden. Die Nadel knisterte auf der Schallplatte. Das Lied schwoll an. Odin hatte gesagt, es sei für sie und ihre Mutter geschrieben worden. Die Entschuldigung ihres Großvaters. Das Wehklagen eines alten Mannes. Sein Herz war gebrochen. Er versanke der Dunkelheit. Odin hatte gesagt, dass das Lied ein Weg sei, Thor zu erkennen. Ein Weg, ihn zu finden. Durch das Gartenfenster drang Licht herein. Das war die Stelle, an der Thor im Teich verschwunden war. Saga wusste, was sie zu tun hatte. Ich dachte, sie wäre fertig gewesen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich glaube, direkt Profile. Weiter. Die Seite erwähnt eine fehlende Platte. Weißt du, wo sie ist, Odin? Von Leidenschaft getrieben. Wütend wie ein Sturm. Dein Großvater wollte sich mit diesem Lied entschuldigen. Bei deiner Mutter, bei Freya und dir. Thor ist wie ein Sturm. Deine Mutter tat gut daran, mit dir zu verschwinden. Auch wenn es deinem Großvater das Herz brach. Und meines. Hör dir das Lied an, Saga. Thor ließ nur eine Platte herstellen. Er bewahrte sie im Museum auf. Odin kennt den Namen meiner Mutter. Er sagt, meine Mutter brachte mich weg, als ich noch ein Baby war. Klausibel. Konzentrier dich. Die Platte ist im Museum. Platte ist im Modell. Da brauchen wir nicht anschauen, die Radiosendungen. Oh, da sind wir ein paar Optionen. Was ist gerade mit Thor passiert? Cynthia hat ihn mitgenommen. Oh, ich wusste, dass jemand Thor beeinflusst. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wasser hier. Aus den Rohren kommt schwarzes Zeug. Cynthia steckt wahrscheinlich auch dahinter. Hat Cynthia eine Verbindung zum Kult des Baumes? Oh nein. Dafür ist sie viel zu gebrechlich. Aber früher war sie die beste Verteidigung der Stadt gegen die Mächte der Finsternis. Naja, nach Ellen. Aber jetzt hat sie sie wohl erwischt. Jetzt spielt sie wenigstens mit offenen Karten, ne? Wake ist im Gewahrsam. Wie waren sie in Kontakt mit ihm? Er hinterlässt mir Nachrichten in Zeitungen und Büchern. Einmal hat er mir sogar mit einer Wolke geschrieben. Wenn es etwas wirklich Wichtiges ist, spricht er im Traum zu mir. Okay. Und was sagt er ihnen durch diese Wolken? Wie ich ihm helfen kann? Wie ich mich schützen kann? Ähm, Rezepte, wie man Besessene tötet und mehr. Ich habe in letzter Zeit auch einige beschriftete Seiten gefunden. Er arbeitet wohl an einem neuen Buch. Wie aufregend! Sie müssen die Bewohner hier wegschaffen. Es ist nicht sicher. Oh. Sie lassen sich dadurch nicht beeindrucken. Sie haben ein schönes Leben geführt. Sie sind widerstandsfähig. Ich habe bereits allen gesagt, dass sie am Sammelplatz auf der Veranda warten sollen. Alle paar Monate gibt es eine Übung. Ich bin so stolz auf sie. Ich bin beeindruckt, wie vorbereitet sie sind. Wir sind an solche Dinge gewöhnt. Sie hinterlassen überall diese Alex-Casey-Brotdosen, oder? Hm, schuldig. Das waren alle Ellen-Behälter, die ich online finden konnte. Er sagte mir, ich solle die Besessenen in der Stadt töten. Und irgendwo musste ich meine Ausrüstung verstauen. Und ich habe Mandy May rekrutiert, um sie zu markieren. Die Verstecke können sie natürlich auch nutzen. Immerhin sind sie die Heldin. Danke. Ich habe sie schon benutzt. Aha. Guck an, guck an. Wake sagt Ihnen, wie man Besessene tötet? Oh, natürlich. Sie sind die Heldin. Also wissen Sie das bestimmt schon. Alles, was man dafür braucht, ist ein starkes Licht und extreme Gewalt. Ganz einfach. Extreme. Das Schwierige ist nur, die Leichen zu verstecken. Ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Leiste nur meinen Beitrag, Schwester. Ja, extreme Gewalt. Sehr gut. Ach man. Halt mal das auf den Laufenden. Dann hänge ich nicht so hinterher. Kein Kult-Mitglied, der da gut hat. Das war klar eigentlich. Da hat sich jetzt nichts getan. Casey Lunchboxen. Ja, steht so zu. Aber war klar, jetzt nach den ganzen Hinweisen, das Büro voll und so weiter und so fort. Die Frage ist, wo kommt das jetzt hin? Cordran Lake, Bright Falls, hier? Ne. Hier. Rosemary Gold hat die Lunchboxen für mich da gelassen. Alan Wake hat es ihr aufgetragen. Ich schulde ihr wohl was. Ja, alles aus der Geschichte dann. Die Wake am dunklen Ort immer schreibt, was wir dann separat erleben. Hat man allerdings auch mal so ein Gefühl für die Zeitspanne. Also ich zumindest. Stand ich zwischendurch ganz schön auf dem Schlauch. Ja, ich habe doch gar nichts gedrückt. Oh, na gut. So geht es auch. Geht alles von alleine. Wunderbar. Ja, die Antworten darauf habe ich schon. Ich brauche nichts mehr machen. Läuft, läuft. So, noch das. Ja, da bleibt die Frage, ne? Warte, 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 warte. Der kriegt schluck auf. Ja, dann kommt er da unten hin. Laut der Seite wird sich die Platte im Übergang öffnen. Oder bestimmt die Seite ist vorher. Spiele ich die Geschichte nur mit? Ich würde sagen, bis zum gewissen Punkt sollte sie das besser tun. Besser ist es, wie man so schön sagt. So, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, im Herrenhaus die restlichen Räume zu untersuchen und auch die Platte dann halt zu besorgen. Ich hatte außerdem voll den fetten Irrtum, ist mir beim Schneiden aufgefallen und beim Rendern. Ich habe ja, Artie sagt ja vorher noch, klipp und klar, er war nicht Teil der Band, er ist nur mit ihnen aufgetreten, also als Vorgruppe oder danach, aber eigentlich normalerweise als Vorgruppe. Und ich dödel direkt da, ja, der war ein Gitarrist. Tja, wenn man richtig aufpasst, dann hätte man gewusst, ne? Ich Idiot. Okay. Die, ach ja, sie hat ja gesagt, in Sicherheit bringen auf die Veranda, glaube ich, war es, ne? Alle versammelt. Ist irgendjemand nicht aufgetaucht? Ein paar. Artie? Gail? Cynthia? Wenn sie bis jetzt nicht hier sind, kommen sie nicht mehr. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Weil wir gerade davon sprechen, unser nächtlicher, koffeinfreier Coffee-Service verspätet sich wieder um eine halbe Stunde. Sehr gut. Ihr solltet hier draußen bleiben, bis es wieder sicher ist. Ich bin froh, hier rauszukommen. Ich lebe schon mein ganzes Leben in Bright Falls und kann mich nicht an dieses Gebäude erinnern. Komisch, oder? Das Haus war schon immer hier, Norman. Erinnerst du dich noch an die arme Nora, die im Bunker ertrunken ist? Die Andersons haben es so billig bekommen, weil es dort spucht. Aber Qualität hat ihren Preis. Mandy May, alles in Ordnung? Sie bluten ja. Oh, wie ist das passiert? Oh nein, Mandy May. Oh nein. Heul nicht so rum, Norman. Das ist doch nichts. Ich hab mich nur beim Stricken dieser Riesendecke gepikst. Ist Ihnen etwas Merkwürdiges an Miss Weaver aufgefallen? Nur, dass Thor die arme Frau nicht in Ruhe lässt. Dieser Rüppel denkt immer nur an das eine. Cynthia ist herrschsüchtig geworden. Schwimm eine Runde im Teich, Norman. Trink Wasser, Norman. Niemand sagt Norman McDonald, was er zu tun hat. Ja, sollte es der Nächste sein, der befallen wird. Oh. Hallöchen. Sind Sie Pat Main aus dem Radio? Das bin ich. Und Sie sind die Bundesbeamte, von der alle sprechen? Haben Sie vielleicht irgendwann Zeit für ein Interview? Tut mir leid, ich habe es im Moment ziemlich eilig. Aber ich mag Ihre Show. Sehr informativ. Vielen Dank. Bei Qualität darf man keine Kompromisse eingehen. Wir würden Sie zu gerne in unsere Show einladen. Meine Zuhörer und ich. Veranda, Terrasse, was auch immer. Ich komme schon wieder, ich komme immer so voll, so, ob ich hier irgendwas falsch gesagt hätte. Nicht voll Spacken. So, die quasseln da noch vor sich hin. Aber das fand ich jetzt mal ganz interessant zu sehen, ob die noch alle wirklich da sind oder nicht auch schon längst befallen sind. Da hatte ich irgendwie so ein Gefühl. Rose, die vielleicht in Sicherheit wiegt und im Glauben ist, aber nö, nö. Denkste. Auf der Etage sind wir durch, außer das Kissen, aber das kann ich hinterher aufheben. Zwischenzeitlich-Trauma-Kissen. Was? Hä? Was war das denn? Was war das nicht? Odin, aber... Hä? Hört sich voll falsch an, irgendwie. Was ist das? Warte mal, wo ist denn sein Zimmer? Dachte ganz... Hä? Wieso höre ich denn denn? Voll die Tonspur irgendwie kaputt ein bisschen. Wurde eher gesagt, der Ort, wo das ist. Hat sich jetzt irgendwie voll falsch platziert angehört, ne? Gerade also zumindest so bei den Kopfhörern. Erstens, ob es im Erdgeschoss wäre, dann... Ja, ich bin da nicht umsonst eingelaufen, halt. Denkmal brauche ich jetzt nicht erklären. Donner. Achso, das war ja unsere Fitness-Lady. Welcher Raum, welcher Raum war hier denn zu jetzt nochmal? Ach da. Donner-Tor über den Pad. Schauen wir mal direkt rein. Oh, das ist wieder jede Menge Text. Da komme ich später zu. Weil der Part, der endet, nährt sich ja schon am Ende. Hui! Dankeschön. Eingerahmt von den Old Gods auf Asgard. Die Erinnerung an die einzige Pressung der unveröffentlichten Single Angels Remorse. Ja, viel Detektivarbeit diesmal. Das Dunkel benutzt Cynthia, um mich von Tor fernzuhalten. Cynthia hat es auf Tor abgesehen. Wo ist Angers Remorse jetzt? Aufgeregt wie ein junges verliebtes Männchen. Ein Robbenroh-Klischee. Die Schatten erwarten zum Leben. Ein Geschenk. Ein gelindlicher Todeswunsch. Sie hat die Platte. Ich kann es aus ihr rausquetschen. Engers Remorse. Wo ist sie, Cynthia? Im dunklen Wasser ertrunken. So viele Hände. Das Badezimmer machte ihr Angst. Verklotzt. Sie schrie. Die Platte Engers Remorse ist bei Cynthia. In ihrer Badewanne. Zu guter Letzt. Engers Remorse fehlt. Wer nahm sie mit? Ja, ach so. Oh, Tor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Und Cynthia möchte ihn damit ruinieren. Sie hat Tor verführt. Vor Jahren bekämpften wir eine kratzende Hexe. Jetzt ist da wieder einer verfallen. Wir verlieren ihn vielleicht für immer. Ein Endes und weniger. Das wird nicht passieren. Cynthia hat Tor im Übergang. Engers Remorse ist der Schlüssel. Ich muss Cynthia dazu bringen, den Standort preiszugeben. Ja gut, das war jetzt die falsche Reihenfolge. Aber das kann ich ja vorher nicht wissen. Alles klar. Wir wissen, wo die Schallplatte ist. Jetzt müssen wir nur noch Cynthia's Zimmer finden. Das war auf der dritten Etage. Alles klar. Also zweiter Stock eher gesagt. Na gut. Das machen wir dann im nächsten Part. Und ja. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, Freunde. Sehr nett von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss. Bis dann.